In Kürze öffnet der Augusta National seine Pforten für das erste Major im Golfsport 2023 und rechtzeitig zu diesem Termin veröffentlicht EA Sports ein neues Golfspiel. Die Rede ist von EA Sports PGA Tour. Eigentlich sollte das Spiel bereits am 24. März erscheinen, aber dann hat Electronic Arts den Termin um zwei Wochen nach hinten verschoben. Nun ist der offizielle Release am 7. April. Frühbucher können aber bereits ab dem 5. April, sofern sie die Deluxe Edition bestellt haben, sich auf den virtuellen Plätzen austoben. Begründet wurde der neue Termin mit notwendigem Feinschliff an den 30 Golfplätzen, die zum Release erscheinen. Aber der Termin fällt auch auf das Wochenende mit dem ersten Major des Jahres. Und somit können virtuelle Golfer mit ihren Idolen gleichzeitig in Ogasta abschlagen. Acht Jahre hat es nun gedauert, bis Electronic Arts einen neuen Golftitel veröffentlicht. Rory McIlroy PGA Tour konnte 2015 nicht an die Qualität vorheriger Titel anknüpfen. Und so wurde das Genre der Golfsimulation zunächst nicht weiter von EA bedient. Andere Publisher sind in die Breche gesprungen, werden es aber zukünftig im Wettbewerb um die beste Golfsimulation schwer haben. EA Sports PGA Tour erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X und S. Besitzer älterer Konsolen haben hier das Nachsehen. Während man in der Vergangenheit oft das Gefühl hatte, dass die Grafikabteilung nicht an der Entwicklung beteiligt wurde, scheint man nun hinzugelernt zu haben. Mit der Frostbite Engine hat sich nicht nur die Grafik im Allgemeinen verbessert, sondern auch die gesamte Atmosphäre im Spiel hat deutlich zugelegt. Die Zuschauer im Spiel bewegen sich nicht mehr roboterartig und gleichförmig. Nein, nun hat man den Eindruck, dass jeder Fan auf dem Platz individuell ist und unterschiedlich auf das Geschehen reagiert. EA verspricht, dass PGA Tour nun die Heimat der Majors ist. Man hat also als Spieler nun die Möglichkeit, die vier Majors und das sind die US Open, die British Open, die PGA Championship und natürlich das Masters zu spielen. Dazu kommt noch das Players, das traditionell immer auf dem TPC Sawgrass mit seiner berühmten 17. Spielbahn gespielt wird. Ein Inselgrün, das jedes Jahr von Dutzenden von Spielern verfehlt wird. Saisonhöhepunkt sind dann die Playoffs im FedEx Cup. Im Karrieremodus kann man seinen Spieler individuell gestalten und dann über die Saison seine Fähigkeiten um zum Beispiel neue Schlagarten erweitern. Auch was Kleidung und Ausrüstung anbelangt, gibt es viele Möglichkeiten zur Individualisierung. Mit Hilfe von offiziellen PGA Tour-Daten, die mit Systemen wie Trackman und Shotlink erfasst wurden, sollen einzigartige Schwünge, einflüssiges Spielgefühl und realistische Ergebnisse erzielt werden. Und das bei jedem Schlag. Auch wurden die mitgelieferten Golfplätze mit neuen Techniken gescannt und vermessen, sodass jeder Platz eine andere Dynamik hat und das Ballverhalten realistisch abgebildet wird. All das verspricht viel und man darf gespannt sein, ob EA Sports' PGA Tour auch die hohen Erwartungen erfüllen wird. Das, was man bisher in Trailern und Gameplay-Videos zu sehen bekommen hat, lässt jedenfalls auf einen großartigen Titel hoffen. The goal for Gameplay in EA Sports' PGA Tour is to provide all the tools you need to realistically attack every hole on every course, the same way the pros do. To achieve this, we're introducing Pure Strike, accompanied by a set of 20 shot types. Powered by official Shotlink and Trackman data, Pure Strike incorporates the three parts of every golf shot. Fluid swing mechanics, innovative ball behaviour and lifelike course dynamics. Every golf shot starts with a swing and no two golf swings are alike. So we captured stances for every pro golfer in the game. Then we mapped their attributes to a variety of stats from Shotlink and Trackman data. This means you won't see Scotty Scheffler's drives flying off the tee at the same trajectory as Jordan Spieth's, for example. Once you address the ball, you'll see a swing meter that will serve as a gauge for your backswing using the left or right analog stick depending on your preference. We designed it so you can focus on the animation itself in order to execute the swing. The length of your backswing and the speed of your follow through both factor into the power and accuracy of your shot and you'll receive on-screen feedback after every swing. The swing mechanic is highly accurate to your controller input with scalable forgiveness so you can focus more on the actual strategy of each shot. There are 20 total shot types at your disposal in EA Sports PGA Tour. Each shot type produces different ball behaviour, each is used in different situations and each utilises different club types. With plenty of ways to modify shot types there are over 1300 shot variations in the game. Some of the more basic shot types like punch, pitch and blast you'll use frequently throughout your rounds. Others like stinger, high flop, hack and Texas wedge to name a few can be used in more strategic ways. So it's important to choose the right tool for the job. New ball behaviour has been redesigned from the ground up. New technology allows every bounce and roll to behave more accurately across a greater variety of terrain and course conditions. As the ball travels, you'll receive on-screen feedback about various aspects of the ball's flight milestones. Once your shot lands, new ball behaviour enables more realistic interactions between the ball and the ground, like you'd see on a real golf course. You'll see the golf ball bounce, dribble and roll as it travels across different terrains and cuts of grass. Naturally, a fairway will cause more dribbling than a green surface and as part of the new course dynamics, you'll notice that a course like Augusta National has smoother fairways than other courses. When you're putting, the goal is to backswing to the perfect point which dynamically updates as you adjust your aim on the green. Under and over swings are possible when you're putting and tempo matters too. Line up your putt, adjust for elevation and sink it. To help new golfers with putting, we've added an assistant aim option that you can toggle on or off. Finally, we're bringing back some gameplay mechanics from previous titles like Power Boost, Spin Control, Big Hit and Heartbeat Moments, so you can hit a perfectly timed drive, button mash to adjust spin and feel the suspense of a great shot inching towards the cup in slow motion. We set out to build the Premier Golf gameplay experience and with the introduction of Pure Strike and other great gameplay features, we're just getting started.